Du bist doch DJ, du kannst den Job doch spielen. Da gibt es gute Gage für und es ist besser als zu Hause zu bleiben. Wie soll man denn sonst als DJ mehr lernen, wenn nicht auf diesem Gig? Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Kanntest du diese drei Aussagen eben? Vielleicht sogar von dir oder von jemand anderem? Und nimmst deswegen jeden DJ-Job an, den du kriegen kannst? Das ist gar keine so gute Entscheidung. Und in diesem Video will ich dir mal drei Gründe geben, wieso. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Jeden DJ-Job nur haben zu wollen, damit du an dem Abend nicht zu Hause auf der Couch sitzt, lässt dich an der Feier höchstwahrscheinlich scheitern. Das sind dann die Feiern, wo die Gäste nachher sagen, nee, war blöd, der DJ, der war nicht gut. Oder der hat nur so komische Musik gespielt. Hey, genau das passiert, wenn du eine Feier annimmst als DJ und die Musik darin gar nicht beherrscht. Hey, das kann zum Beispiel sein, wenn du House-Music-DJ bist und dich einer fragt, ob du eine Hochzeit bespielen willst. Hey, das wird schwer, denn hier brauchst du denn mehr als nur eine Musikrichtung. Und wirst nur mit House-Music wohl nicht weit kommen. Daher übernimm Verantwortung und sag auch mal offen Nein zu so einer Anfrage. Hey, dein Ruf würde darunter leiden. Denn Menschen, die mit etwas nicht zufrieden sind, erzählen es statistisch ca. 8-10 Menschen weiter. Und da kann dir nur eine ruinierte Feier ganz hart deinen Ruf versauen. Hey, das heißt nicht, dass du an dem Abend zu Hause bleiben sollst, sondern dass du nur die Feiern annimmst, die du auch wirklich beherrschst. Und mit ein wenig Marketing bekommst du auch mehr von diesen Feiern, die du kannst. Sodass du weder an dem Abend auf der Couch verbringen musst, noch eine Feier bespielen musst, die du wirklich nicht beherrschst. Tipp Nummer 2 baut so ein bisschen auf Tipp Nummer 1 auf. Und er heißt, nimm keine Feiern mit Musikrichtung an, die du nicht bedienen kannst. Hey, das gilt vor allem für fremdsprachige Musik. Schnell nimmt man mal eine Feier an und fragt dann in Facebook-Gruppen, welche Songs man denn da jetzt genau spielen könnte. Wie zum Beispiel, was ich sehr, sehr häufig lese. Ich habe eine Hochzeit angenommen und soll da auch russische Lieder spielen. Ja, was spielt man denn da so genau? Das macht man einfach nicht. Weil auch Musik aus anderen Ländern so komplex oder sogar noch komplexer ist, als die deutsche Musik. Und du hier den Geschmack der Leute einfach nicht kennst. Stell dir das doch mal andersrum vor. Ein russischer DJ fragt zum Beispiel, ich habe demnächst eine Hochzeit, wo die deutsche Musik wollen. Was spielt man denn da so? Und dann sagen die meisten in so einem Forum natürlich, ah ja, spielst du Helene Fischer, Andrea Berg, Beatrice Egli und so weiter. Und du spielst das dann auch noch. Und alle Gäste, die du an dem Abend auf der Feier hast, sind dann aber unzufrieden. Ja, weil sie doch lieber eher Seed, Peter Fox, die Beginner, Kollegah, Fanta 4 und so weiter hören wollten. Und ein paar andere, ja die wollten dann eher so die Toten Hosen, die Ärzte, Rammstein und so weiter hören. Du merkst also, dass hier zwar alles deutsche Musik ist, aber die Musikrichtungen im deutschen Bereich doch schon ziemlich auseinander gehen. Und meinst du nicht auch, dass es in fremdsprachiger Musik auch diese Unterschiede gibt? Und du kannst dich niemals ohne Vorahnung auf fast alle dieser Musikrichtungen Genres in anderer Sprache vorbereiten. Daher auch hier wieder mein Tipp, übernimm einfach ein bisschen Verantwortung und sag einfach mal offen und ehrlich Nein. Wie in Tipp Nummer 2 eben, geht es auch in diesem Tipp um fremdsprachige Musik. Hey, diese aufzulegen, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe einen kroatischen DJ-Kollegen, der mir mal offen und ehrlich sagte, und ich gebe dir das jetzt einfach mal so wieder. Stell dir mal vor, dich fragten Jugoslawen nach jugoslawischer Musik, weil auch jugoslawische Gäste auf der Feier sind. Und du spielst da einfach irgendwas, was du im Internet gefunden hast. Oder etwas, weil es dir halt empfohlen wurde. Du hast keine Ahnung, über was es in diesem Song geht, wenn du die Sprache nicht verstehst. Hey, in manchen Ländern herrscht Krieg. Und du weißt nicht, ob dieser Song irgendwie rechtsradikal oder rechte Inhalte beinhaltet und vielleicht gegen andere Länder oder Völker hetzt. Hey, dann hast du da noch jemanden aus dem anderen Land auf dieser Feier und ruckzuck gehen die beiden aufeinander los. Also, Kinderchen wie gehabt, Schiff enttornen, Kehle durchschneiden, Bauch aufschlitzen, aufhängen, ins Wasser schmeißen. Hey, in deren Ländern herrscht Krieg. Die bekämpfen sich dort. Und die werden es auf der Feier bei der Musik und bei dem Song wahrscheinlich auch tun. Daher auch hier übernimm Verantwortung und mach sowas einfach nicht. Dasselbe gilt übrigens auch für Musik in dem Bereich Fußball. Fußballmusik oder vereinstypische Musik ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Du weißt nicht, welche Fans von welchem Verein auf welcher Feier sind. Da kann jemand zu dir kommen und kann sich den Anti-Bayern-Song von den Toten Hosen wünschen, wenn dein Kunde oder die Hälfte der Gäste Bayern-Fans sind. Ich habe das selber mal am eigenen Leib spüren müssen. Ich habe eine ganz große Karnevals-Hallenfete bespielt mit 400 bis 600 Mann. Wir haben eine mega Stimmung in dieser Halle gehabt. Alle haben gesungen, alle haben gegrölt und wir kamen nachts so langsam Richtung Ende. Und da kommt einer der Gäste an und sagt, Hey, könntest du mal, weil wir doch hier zu Hause sind, den Darmstadt-Song spielen? Die Sonne scheint. Und ich sage, wir sind doch hier in Darmstadt, also spielen wir als letzten Song mal den Darmstadt-Song. Und ich habe mit Fußball nichts am Hut. Ich bin weder Fan von irgendeinem Verein, noch gucke ich Bundesliga oder irgendwas anderes. Aber weil wir in Darmstadt sind, habe ich mir gedacht, geil, ich besitze den Song, ist eine gute Idee, den spielen wir mal. Und ich starte diesen Song und von diesen 80 bis 100 Gästen, die noch da sind, gehen von allen die Finger nach oben. Und ich denke mir, geil, die freuen sich genauso auf den Song. Aber in diesem Halblicht, in diesem Halbschatten, als die Movingheads sich gedreht haben und die Gäste ein bisschen beleuchtet haben, habe ich gemerkt, hey, die machen gar nicht so. Die machen so. Und in dem Moment ist diese Stimmung innerhalb von 10 Sekunden von super geil auf total kritisch gekippt. Und einer tritt an mich heran und sagt zu mir, hast du einen Schuss, hier den Darmstadt-Song zu spielen? Hä, wir haben hier 100 Eintracht-Fans im Haus. Und ich wusste genau, diese 100 Eintracht-Fans machen gerade nicht so. Die machen so. Und in dem Moment wusste ich, gleich kommt hier ein Glas geflogen, wenn du nicht die Situation rettest. Und ich habe das allererste Mal in meiner Karriere einen allerletzten Abschlusssong ausgeblendet, weil ich genau wusste, es eskaliert. Selbst mit einer Entschuldigung über das Mikrofon ließen die sich nicht beruhigen. Die waren in ihren Fangesängen schon mittendrin, haben für die Eintracht Frankfurt gestanden, in den Fangesängen. Und ich sage dir, ich spiele nie wieder einen Fußball-Song auf einer Karnevalsfeier oder in irgendeinem Stil. Und ich kann dir nur den Tipp geben, mach das nicht, wenn du die Gäste nicht kennst. Wenn du nicht genau weißt, worauf du dich einlässt. Und mit fremdsprachiger Musik und Musik aus anderen Ländern ist das leider ganz genauso. Ja Freunde, das waren sie, meine drei Tipps, weswegen du DJ Jobs auch wirklich mal ablehnen solltest. Und wie ich in Tipp 1 schon sagte, es heißt nicht, dass du den ganzen Abend dann auf der Couch zu Hause sein musst und dir denkst, verdammt, jetzt sitze ich auf der Couch, langweil mich zu Tode und habe gar kein Geld verdient, obwohl ich auf dem Gig doch hätte gutes Geld verdienen können. Ich kann dir sagen, es gibt aus Erfahrungswerten auch genug Jobs mit den passenden Kunden, mit passender Musik und den feiern für dich als DJ. Der einzige Grund, die Kunden, die dich als DJ brauchen, wissen einfach nicht, dass es dich gibt, weil dein Marketing wahrscheinlich noch nicht so gut ist, dass es nach draußen weit genug rausgeht und den Kunden erreicht hat. Das kannst du aber ganz einfach ändern, indem du dich mit dem Thema Marketing ein wenig beschäftigst. Und wenn du willst, helfe ich dir dabei. Speziell dafür gibt es meinen DJ Store mit verschiedenen Tutorials, Workshops und Coachings, speziell für DJs und ihr Marketing, damit sie mit einer besseren Sichtbarkeit nach außen treten. Den Link zu meinem DJ Store mit all diesen Coachings verlinke ich dir mal direkt hier oben im Video mit drin. Schau dich mal um, vielleicht ist das passende mit dabei und wir setzen uns mal zusammen und arbeiten an deinem Marketing. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, mach's gut, der Maik. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020